Hi Leute, heute Morgen gibt es spannende Entwicklungen zum Thema Senek. Ich bin heute Morgen an meinen Rechner gekommen und habe eine E-Mail bekommen. Ich blende sie euch einfach mal ein. Wir schauen mal kurz drüber und wir sehen, Senek verspricht jetzt hier den Kunden den Austausch der Batterien, der Akkus gegen LFB-Akkus und das komplett kostenlos. Das wäre jetzt wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt oder ob das auch wirklich so umgesetzt wird und vor allen Dingen wie zeitnah.